Es war vor nicht allzu langer Zeit ein junger Mann, der versuchte an die Spitze zu kommen des MLGs. Und heute ist der Tag gekommen, an dem wir MLG Flappy Bird spielen, liebe Leute. Und zwar begrüße ich euch herzlich zu Flaaaaaaaaaaa. Ja, ihr lieben Leute, heute hab ich mir gedacht, wir spielen hier MLG Flappy Bird, MLG Flappy Bird. Ja, das haben mir auch einige in die Kommentare geschrieben, dass ich das mal bitte spielen soll. Da hab ich mir gedacht, ja, okay, komm, ich versuch mein Glück, ja, und versuch mal MLG Flappy Bird zu spielen. Natürlich haben wir Was ist gerade passiert? Los Ich habe nicht gesagt, dass ich das Spiel auch gut kann Oh shit, was ist denn jetzt los? Oh mein Gott Was zur Hölle muss ich tun? Smoke weed everyday Smoke weed everyday Alter Was geht da ab? Alter, was ist, was passiert da? Ja, wir haben unseren Komm schon Oh, komm schon Maaaann Nein Mann Was ist hier los? Dieses Spiel ist sehr, sehr schwierig Maaaann Mann, was tue ich da? Ihr merkt Leute, ich bin richtig, richtig gut in Flappy Bird. Ich vergesse die ganze Zeit zu drücken, wenn diese laute Musik kommt. Da bin ich dann wie paralysiert. Oh, unser Score ist jetzt bei 58, Leute. Das ist auf jeden Fall schon mal so nice. Ich glaube, ich bin in einem Spiel noch nie so oft gestorben. Und los! Wuuu, Sonic! Jawohl! Oh, was geht hier ab, Mann? Was ist hier los? Alter, Vater. Sonic! Jawohl, ich glaube, wir schaffen unseren Rekord. Und schaffen wir unseren Rekord? Ja, 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 wuuu, wuuu! Wir haben es fast geschafft. Den Score von 100. Was zur Hölle ist jetzt los? Los! Jo, Leute. Ich hoffe, die Folge MLG Flappy Bird hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen positiven d ży давно gemacht. Könnt ihr gerne eine positive Wertung da lassen. Und, ähm... Ja, schreibt weitere Spiele, die geflasht haben werden sollen. Bitte unten in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns auf der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao! Bis zum nächsten Mal.